Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch Osterideen mitgebracht, damit ihr so richtig in Osterstimmung kommt. Und wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ich noch weitere Ideen für euch produzieren kann. Für unsere erste Idee brauchen wir nichts weiter als Toilettenpapier, einen Luftballon und Wasser. Den Luftballon müssen wir aufblasen und dann das Toilettenpapier darauf platzieren. Als nächstes mit Wasser besprühen oder auch einfach mit den Händen das Wasser darauf verteilen, indem ihr das kurz in ein Wasserglas tunkt und dann damit den ganzen Luftballon einstreichen. So können wir nämlich ohne Pappmaché oder Kleister oder sowas uns ganz leicht Ostereier selber machen. Wirklich, es funktioniert. Ihr braucht einfach nur Toilettenpapier und Wasser. Müsst es anschließend, wenn ihr so zwei bis drei Schichten habt, 24 Stunden trocknen lassen. Danach ist er steinhart geworden sozusagen und wir müssen jetzt nur noch den Luftballon daraus entfernen. Einfach ein Loch reinmachen, damit die Luft daraus entweicht. Hier habe ich zwei Luftballons davon gemacht, beziehungsweise zwei Ostereier und zeige euch jetzt zwei Versionen, wie ihr das weiter verarbeiten könnt. Bei der ersten Version habe ich einfach dort eingeschnitten und so eine Zickzacklinie mir vorher aufgemalt, die ich dann nachgeschnitten habe. Und so habt ihr wie ein aufgeschlagenes Ei dann zwei Hälften. Darin habe ich dann einfach so Traubenhyazinthen reingestellt und fertig war das. Für das zweite habe ich nur so ein Guckloch ausgeschnitten, einfach mir schon vorher so ein bisschen das zurecht gemalt und dann drumherum geschnitten und auch dort kam bei mir eine Topfpflanze rein. Und so könnt ihr das sogar aufhängen, wenn ihr möchtet. Also zwei richtig schöne und einfache Ideen. Man kann damit sicher Ostern auf jeden Fall einklingen lassen und man macht keine so große Sauerei wie bei Kleister oder solchen Dingen. Für meine zweite Idee braucht ihr Kaffeefilter. Und zwar diese speziellen, diese braunen. Dort müsst ihr die eine Seite so umschlagen und dann es nochmal halbieren. Als nächstes schneiden wir an der offenen Seite so einen Bogen ein, sodass, wenn wir es jetzt wieder aufschlagen, es so aussieht. Nun müssen wir ein Gesicht draufmalen, das heißt einmal den Mund, die Nase und natürlich die Augen. Das kann natürlich so aussehen, wie ihr möchtet. Und jetzt kommt eure Süßigkeit, euer Geschenk oder was auch immer rein. Es passen nicht so große Dinge, aber ein paar kleine Süßigkeiten werden da schon Platz finden. Danach nur noch die Öffnungen an beiden Seiten so zusammendrücken und mit etwas Garn zusammenschnüren. Ich habe dann noch kleine Schleifen reingemacht, weil ich das noch süßer fand. Und so habt ihr kleine Kaffeefilter Osterhasen gemacht. Kann man super als Mini-Geschenk zum Beispiel verschenken und ist wirklich sehr schnell gemacht. In solchen Packungen sind ja meistens schon so 40 Stück, das heißt, ihr könnt richtig viele Osterhasen basteln. Und ich finde, die sehen so super süß aus. Ist auch ein tolles DIY, das man mit Kindern zum Beispiel machen kann und geht wirklich, wirklich schnell. Wie sehr mögt ihr Ostern? Mögt ihr es zum Beispiel mehr als Weihnachten oder Valentinstag oder so? Dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Für meine dritte Idee machen wir einen Origami-Osterhasen. Dafür habe ich mir so ein 30x30 Papier zurechtgeschnitten und das einmal diagonal gefaltet, dann aufgefaltet und auch nochmal in die andere Richtung diagonal. Danach wird es wieder aufgefaltet und jetzt horizontal einmal in der Mitte umgeknickt. Und dann wird es aufgefaltet und dann der untere Teil bis zur Mitte geknickt. Das machen wir auch mit der anderen Seite. Wieder alles aufhalten und dann auch noch zur anderen Richtung horizontal knicken. Und auch dort die untere Seite dann wieder bis zur Mitte falten, genauso wie mit der oberen Seite. Grundsätzlich sieht es jetzt erstmal so aus. Den oberen Teil müssen wir jetzt einmal so umknicken, wie ihr das hier jetzt seht. Dafür habe ich mir das schon mal ein bisschen so vorgefaltet, damit es dann einfacher ist. Genauso wie den, dass ihr jetzt quasi so eine Rautenform habt. Dann wird das so nach hinten geknickt, einmal umgedreht und dann wieder nach oben. Dann nur ein kleines Stück wieder nach unten falten und dann wieder aufklappen. Als nächstes habe ich dann das wieder umgedreht und die Seite so nach innen gefaltet. Und das mit der anderen Seite ebenfalls gemacht. Nun falten wir uns das mal ein bisschen zurecht, damit wir es gleich einfacher haben, das so nach innen zu falten. Am Ende muss man das sozusagen schon so ein bisschen sehen, den Kopf des Hasen. Übrigens habe ich hier die Schnauze irgendwie aus irgendeinem Grund wieder zurückgefaltet. Das braucht ihr gar nicht, ihr könnt sie wieder aufklappen, das zeige ich euch gleich. Und dann habe ich die Ohren so nach oben gedrückt, damit dann der Kopf etwas besser zu sehen ist. Jetzt wie gesagt, die Schnauze wird wieder nach außen gefaltet. Das habe ich aus irgendeinem Grund gemacht. Und dann muss die äußerste Ecke zu dieser Ecke umgeklappt werden. Dann habe ich das auch nochmal von der anderen Seite gefaltet und jetzt wird das nach innen umgeknickt. Euer Hase sollte jetzt so aussehen. Und dann wird es wieder zurückgeknickt. Jetzt könntet ihr den Hasen, wenn ihr ihn sozusagen aufrecht stehen lassen möchtet, ihn so lassen. Oder ihr knickt die Beine so nach vorne, dann steht er ein bisschen geduckter. Ist aber beides theoretisch möglich. Danach wollte ich noch die Ränder, damit es nicht ganz so steif und so eckig aussieht, habe ich die Ecken einmal umgeknickt und dann nach innen gefaltet. Genauso wie unten. Und auch die Ohren wurden einmal umgeknickt. Und dann ist euer Hoppelhase auch schon fertig. Eine sehr, sehr süße Deko, bestimmt eine gute Beschäftigungsidee zu Ostern. Und ich habe natürlich gleich eine ganze Hasenfamilie gemacht. Ist ja logisch. Und ich finde, die sehen so super süß aus. Jetzt machen wir eine wirklich einfache Idee. Eine Tischdeko dafür. Eine Serviette aufhalten und dann die zwei Ecken so nach innen fast bis zur Mitte falten. Danach die überschlagene Ecke nach oben rollen, dass es so aussieht. Jetzt habe ich mir ein gekochtes Ei genommen, wo ich schon ein Gesicht drauf gemalt habe. Dort die Serviette drumherum gelegt, sodass man schon ein bisschen diese Hasenform erkennen kann. Dann hatte ich mir aus einem Stück Jutegarn und einem Schild sowas vorbereitet und das dann oben drumherum gewickelt, festgebunden und eine Schleife reingemacht. Ist manchmal so ein bisschen fummelig, aber kriegt ihr auf jeden Fall hin, das überstehende Abschneiden. Und so habt ihr eine richtig süße Tischdeko, ein Namensschildchen für einen Ostergast. Und finde ich auch eine total süße und schnelle und effektvolle Idee. Und jetzt zeige ich euch noch ganz zum Schluss etwas richtig Tolles. Und zwar habe ich hier einen Teig in dunkel und hell mir schon vorbereitet, sowie diese Mini-Google-Hupformen eingefettet. Und habe wie bei einem Marmorkuchen zuerst den dunklen Teig fleckenartig oder klecksartig darauf verteilt und dann auch den hellen Teig. Zum Schluss wird das alles gut durchgemixt und kommt in den Ofen. Genaues Rezept natürlich wie immer unten in der Infobox. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Google-Hupfe, beziehungsweise wir müssen immer zwei Pärchen bilden. Die aus der Form nehmen und dann so übereinander legen. Damit das ein bisschen aussieht wie ein Osterei. Ich habe mir dann nämlich noch so eine Frischkäse-Creme gemacht und habe das Ganze damit eingestrichen, sodass es dann so aussah. Und dann nur noch mit ein bisschen Streuseln oben dekoriert. Und so habt ihr kleine Ostereier. Auch eine richtig coole Idee, vielleicht für den Osterbrunch oder so. Das waren meine Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!